hallo leute willkommen auf frey tv das ist das erste video in dem ich mich persönlich vorstelle ich bin der frey hinter der kamera ist der marco und auf dem kanal zeigen wir euch autos von freunden und bekannten und die geschichte dahinter die jungs stellen sich halt vor oder die mädels wer weiß und dann die geschichte zum fahrzeug was alles an dem fahrzeug verändert wurde und ja das ist jetzt persönlich mein auto einer meiner autos da kommen noch mehrere videos auf euch zu in den nächsten wochen wenn ihr darauf bock habt lasst ein like abonniere den kanal ja und viel spaß mit dem karton abonniere den kanal ja zu bauern so weiter crown abonniere den kanal Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020